Halt, 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 stopp, nein, aus, nein, das wird nix, ganz ehrlich, sorry für diesen Anfang, aber kennt ihr irgendwie dieses Gefühl, man möchte irgendwie was Neues bieten und ich dachte mir, was meinen Videos irgendwie ein bisschen fehlt, was das Sammlungsupdate noch ein bisschen aufwerten würde, wäre Titelmusik. Und nachdem ich mir keine leisten konnte, musste ich einfach irgendeine Billigsdorfer Band vor meinem eigenen Kopf engagieren, aber glaubt mir, ich habe hinter der Kamera zumindest getanzt, bist du deppert, ich habe getanzt. Dagegen sah Ryan Gosling in La La Land aus wie ein Nilpferd of Ecstasy, aber egal, die Kamera hat für euch glücklicherweise in die andere Richtung geschaut, sodass ihr von meiner gerade eben erfolgten Beleidigung eurer Intelligenz zumindest nur die Hälfte miterleben musstet. Aber trotzdem möchte ich euch herzlich willkommen heißen in Playzockers Gaga Land, nämlich beim allwöchentlichen Sammlungsupdate, dass ich euch jeden Sonntag um 17 Uhr hier auf Playzocker Reviews begrüße. Und ich glaube, spätestens diese Woche, also ich habe mir das eigentlich schon selbst einige Male unterstellt, aber wann, wenn nicht heute, holen mich die Leute mit der weißen Ich-hab-mich-Lieb-Jacke. Diesmal gibt es nämlich im Sammlungsupdate nicht nur Steelbooks, Mediabooks und Comics, nein, es gibt zum allerersten Mal auch Super 8 Filmrollen und eine Video 2000 Kassette. Und damit würde ich meinen, um es mit den großen, zarten Worten von The Asylum zu sagen, enough said. Starten wir rein in das, was vergangene Woche bei mir gelandet ist und da gibt es wirklich wieder eine Menge für euch herzuzeigen. Beispielsweise dieses schicke Ding, das ich original 20 Sekunden, bevor ich mich hier vor die Kamera begeben habe, aus dem Briefkasten geholt habe. Übrigens, aus dem Briefkasten geholt habe, ist in diesem Fall wörtlich zu meinen, weil Amazon mir mein Dr. Strange Steelbook selbstverständlich einfach nur in einem freaking Papierkuvert geschickt hat, ohne irgendwas. Aber es würde mich ganz ehrlich interessieren, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich hier auf dem Kanal nicht der Einzige bin, der sich dieses Steelbook bestellt hat, beziehungsweise auch nicht einmal der Einzige, der es sich bei Amazon bestellt hat. Wie habt ihr euer Dr. Strange bekommen? Weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die komplette Auflage einfach nur in solchen Kuverts raushauen. Und dann würde ich mich eigentlich ganz gerne fragen, nach welchen Kriterien das entschieden wird. Dass sie quasi sagen, ah, damit der Departee aus Wien wieder mal was zum Labern und zum Reden hat, schicken wir sie ihm gleich so. Wir könnten sie ihm auch gleich kaputt schicken, urlustig. Aber nein, Geschichten von der Post, das klingt irgendwie wie Geschichten aus der Gruft, aus ganz wenig überraschenden Gründen, habe ich ja dann heute eh noch die ein oder andere für euch. Aber schauen wir mal rein, was das Steelbook von Dr. Strange für uns zu bieten hat. Ich glaube, ich habe es in meinen Sammlungsupdates schon das ein oder andere Mal gesagt, aber bist du deppert, macht Marvel geile Steelbooks. Es ist eine Sache, die bei Marvel Steelbooks mir persönlich immer wieder brutal auf den Wecker geht, nämlich die Tatsache, es gibt keinen Filmtitel auf dem Spine. Und da ist Dr. Strange leider keine Ausnahme. Ansonsten macht Disney bei diesen Steelbooks aber alles richtig, was man nur richtig machen kann. Das Teil steckt in einem Quarter Slip, wurde hervorragend aufbereitet. Für Leute, so wie ich die nach wie vor in der Zukunft leben und einen Blu-ray 3D Spieler zu Hause haben mit geeignetem Fernseher, ist hier in der Sammlerausgabe sogar die 3D Fassung des Films dabei. Das einzige, was ich bei den Marvel Filmen nach wie vor ein bisschen rückschrittlich finde, ist, dass es noch keine 4K UHD Blu-rays gibt. Da hätte ich ehrlich gesagt bei so einem geilen Steelbook schon fast gerne, dass auch die noch hier mit dabei ist. Nehmen wir einmal das Steelbook aus dem Quarter Slip und wir sehen, und ich wage jetzt einmal auch, wenn erst Anfang März ist, zu sagen, dieses Steelbook sehen wir am Ende des Jahres in den Top 10 geilsten Steelbooks des Jahres. Aktuell ist es meine absolute Nummer 1, wenn nicht sogar in den Top 10 aller Zeiten. Bis denn, du deppert, sieht dieses Cover geil aus. Vor allem bin ich ein großer Fan von innovativen Steelbook-Artworks, die nicht einfach nur irgendwelche Kinoplakate auf Metall klatschen, sondern das sieht einfach hochwertig und edel aus. Wunderschön, trotz Rahmen, vor allem in dem Fall gerade wegen dem Rahmen, nach innen geprägt. Hier dann noch schön dieses Symbol wieder nach außen geprägt. Das Ganze hat eine tolle Tiefenwirkung. Bewegen wir das Steelbook hin und her, sehen wir dann außerdem noch, wie schön sich diese ganzen Farbelemente mit dem Licht bewegen und gegen das Licht aussehen. Das ist perfekt vorbereitet, perfekt aufbereitet. Ist absolut genial. Und hinten sieht das Ganze ebenfalls wieder großartig aus. Auch hier mit den schönen metallischen Farbspielereien. Das Ganze scharf und hochwertig gedruckt, auch auf dem Backcover übrigens geprägt. Macht hier einen wirklich tollen Eindruck. Ich habe den Film jetzt leider noch nicht gesehen und kann nicht unbedingt sagen, was im Film das nachempfunden wurde. Ich gehe einfach einmal davon aus, dass es ein relativ wichtiges Element vom Charakter ist. Und wie beispielsweise auch das Artwork von Ant-Man ja absolut fantastisch war auf dem Steelbook. Aber das hier ist, finde ich, eine neue League of Awesome. Bist du deppert. Schauen wir mal hin. Auch hier leider wieder mal das Einzige. Ich glaube, es fällt jedem wirklich sofort in der ersten Sekunde auf, was hier im Innen-Artwork nicht passt. Es ist dasselbe, was bei jedem Disney-Marvel-Steelbook-Innen nicht passt, nämlich die einfärbigen Disk-Designs. Ansonsten hat man auch hier wieder absolut großartige Arbeit geleistet. Bist du deppert. Diese Buchseiten, und ich glaube, es ist auch das Äußere mehr oder weniger an das Buch angelehnt, an dieses edle, sehen einfach genial aus. Ein bisschen was hat das Ganze vom deutschen Evil-Dead-Steelbook. Allerdings, muss man dazu sagen, besser aufbereitet mit einem schönen Artwork und einfach nicht eines der hässlichsten Steelbooks, die ich jemals gesehen habe, sondern ganz im Gegenteil ein wunderschönes, großartiges und geniales Teil. Leute, die Sachen übertragen, können angenehm sein, können aber auch absolut widerwärtige Pestboilen sein, wenn sie beispielsweise für die Post arbeiten. Aber ich glaube, mit dem, was der Filmtitel Carriers in diesem Fall vermitteln soll, handelt es sich um andere Überträger. Wenn man die Pakete so hernimmt, die bei mir und auch bei anderen Leuten teilweise so landen, könnte man allerdings Postboten auch gerne als die Überträger von Versandkrankheiten bezeichnen. Aber Amazon hatte dieses Mediabook von Splendid vergangene Woche zum Sonderpreis von 10 Euro. Da ist mir dann sogar gleich aufgefallen, dass ich den Film noch überhaupt nicht in meiner Sammlung habe, weswegen ich dann sofort bei diesem Steelbook zugeschlagen habe, obwohl es sich bei Carriers dann doch wieder mal um ein absolutes 0815 Splendid Steelbook-Mediabook handelt. Das heißt, wir bekommen das Mediabook in einem von diesen, ich nenne es jetzt einmal Quarter-Sleep-Teilen, obwohl es natürlich was ganz anderes ist. Aber es ist ein billigst gemachtes Hochglanz-Stilbook. Was mir allerdings relativ gut gefällt, ist dieses Cover-Artwork hier oben mit der Schrift, beziehungsweise hier mit der offensichtlich Infizierten. Könnte aber auch einfach nur jemand sein, der sich den letzten Evo-Ed-Podcast angehört hat. Ich weiß es nicht. Wobei, ganz ehrlich, wenn das Dias-O-Face ist, dann... Anyways, Filmtitel klein hier unten, so klein wie der Filmtitel hier steht, könnte mich das Ganze sogar ein bisschen an die typischen Designs von Birnenblatt erinnern. Es ist zwar hier ein Artwork, das nicht allzu viel Gebrauch von der verfügbaren Cover-Fläche macht, das allerdings dafür eben nicht 0815 Standard mäßig ist. Das ist es dafür dann hinten, wo man, glaube ich, einen Teil vom Maggie Steelbook-Cover-Artwork einfach nur recycelt hat. Pfui, aber es passt irgendwie zur Thematik. Es ist vor allem ein mehr oder weniger durchgehendes, passend umgesetztes Motiv. Finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Innen dann, apropos Recycling, haben wir die bekannte Blu-Ray von dem Film. Wir haben dann auf der anderen Seite mit, nehme ich jetzt einmal an demselben Druck, nur wirkt das für mich so, als wäre es ein bisschen eine andere Farbgebung, die DVD. Was mir hier allerdings sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass dieser Schriftzug hier von links nach rechts auf dem Design durchgeht. Was man natürlich etwas besser machen hätte können. Natürlich, so kann man das relativ einfach machen, wenn man einfach auf die eine Seite und auf die andere Seite exakt das gleiche Hintergrunddesign druckt und nur einzelne Bildelemente austauscht, beispielsweise das Zitat oder eben die Positionierung von diesem Biohazard-Symbol Naja, Splendid, gell? Drinnen haben wir dann einen relativ kurzen Booklet-Text. Ähm, noch dazu mit einigen Bildern dazu von Nando Rona geschrieben. Außerdem noch etwas Werbung für andere Splendid-Filme, wie beispielsweise Zombie Shark, den ich unbedingt noch sehen muss. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist ein absolutes 0815 Billigsdorfer Mindestmaß an Aufwand, Mediabook, wo man sich allerdings, wenn man es so wie ich zu einem Preis von 10 Euro bekommt, auch nicht beschweren kann, vor allem eben, wenn man den Film so wie ich schon noch gar nicht in der Sammlung hat. Juan Piquet Simons Pieces hat wahrscheinlich eine der genialsten Taglines der kompletten Filmgeschichte. Pieces. It's exactly what you think it is. Das stand zum Beispiel auf dem alten amerikanischen Kinoplakat von dem Film drauf, hat es mittlerweile auch auf einige DVDs bzw. Blu-rays geschafft, aber X-Rated hat den Film vor einiger Zeit in der Eurokult-Collection auch als Mediabook veröffentlicht. Und ich glaube, wenn ihr euch die drei Artworks A, B, C einmal anschaut, werdet ihr wissen, warum ich mich für dieses entschieden habe. Cover D und E wurden mittlerweile, nachdem der Titel schon restlos ausverkauft ist, ebenfalls schon angekündigt, wobei mir Cover D ebenfalls sehr gut gefallen würde. Das möchte ich aber nicht auf einem Mediabook haben, weil ich das schon auf der kommenden Arrow-Video Blu-ray Special Edition bzw. auf dem dazugehörigen Soundtrack auf Vinyl habe. Aber, was ich hier so geil finde, ist wie schön hier mehr oder weniger diese alte Retro-Collage gemacht wurde, bis hin zu dem Detail, dass hier am Rücken von dem Killer einige Puzzleteile fehlen bzw. der Frau hier am Boden auch das ein oder andere Teil fehlt. Das Ganze ist, könnte man sagen, ein bisschen eine Anlehnung an das alte Arrow-Video-DVD-Cover. Wurde allerdings, finde ich, absolut genial gezeichnet. Ist wunderbar, unfasslich reißerisch und passt alleine schon demnach perfekt zum Film. Spine, apropos perfekt, wieder mal genauso, wie sich es für die ECC gehört. Und dann auch noch mit einem Backcover im gewohnten Design. Und vor allem, könnte man auch sagen, im gewohnten Niveau einer X-Rated-Veröffentlichung. Weil, wenn ich hier schon lese, als ersten Satz von der Werbezeile, ein wirklicher Kultfilm mit viel Splatter und nackter Haut. Wow, finde ich irgendwie geil, wenn bei anderen Filmen wie, keine Ahnung, Nightmare-Concerts, sich Labels schon bemühen, irgendwelche Pseudo-Filmwissenschaftlichen Booklets anzufertigen bzw. tatsächlich filmwissenschaftliche Booklets von Christian Kessler und so weiter und so fort beilegen. Und auf dem Mediabook, das direkt daneben steht, im Regal steht dann noch ein Film mit Blut und Titten. Geil! Aber lassen wir das. Muss auch sagen, ich möchte damit jetzt einmal gar nicht die Arbeit von Christoph Kellerbach, der das Booklet von Pieces beigesteuert hat, irgendwie denunzieren, weil das Booklet habe ich noch nicht gelesen. Mir stach nur einfach einmal dieser grandiose Werbetext ins Auge. Etwas ungewöhnlich, finde ich fast, für die Eurokult-Collection ist, dass die Blu-ray und die DVD dasselbe Bild zeigen. Was aber alles andere als ungewöhnlich ist, ist, dass es hier kein Innendesign gibt. Limitiert ist dieses Cover von Pieces. Übrigens, wie es hier schön steht, auf 333 Stück, von denen bei mir die Nummer 163 gelandet ist. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sich das große X hier sehr bei Arrow bedient hat, beziehungsweise einfach nur logischen Menschenverstand angewandt hat, weil dieses Motiv ist natürlich das bekannte Puzzle aus dem Anfang des Films. Es ist und bleibt ein geiles Bild. Aber auch das, was natürlich Arrow Video bei dieser kommenden Limited Edition als tatsächliches Puzzle anbietet, was hier dann ebenfalls sehr gut dazu passt als Bonus. Ja, man merkt es, Pieces, das ist ein alternatives Cover davon, ist definitiv nicht niveauvolle Filmunterhaltung, hat aber, finde ich, hier mit dem Mediabook aus der Eurokult-Collection einmal eine ganz nette Blu-ray-VÖ spendiert bekommen, zumindest so lange, bis Arrow Video das Ganze dann wieder mal um das Zehnfache toppt. Aber eines muss ich sagen, ich glaube, bei dem kommenden Arrow Video Release, das Cover haben sie nicht, das hatten sie schon mit der alten DVD. Aquarius! Und weiter weiß ich es nicht. Das ist allerdings für euch auch eine relativ feine Sache, weil ich glaube, all jene von euch, die schon länger auf meinem Kanal zu Gast sind, wissen, Zorki kann nicht singen. Zorki ist allerdings bösartig und macht es trotzdem immer wieder ganz gerne. Aber Michelle Soavis Aquarius Stage Fright ist jetzt gerade von 84 Entertainment im limitierten Mediabook mit verschiedenen Cover-Artworks erschienen. Und das war wirklich ein Film, wo ich mir nicht leicht getan habe bei der Entscheidung, welche Version ich haben will. Habe mich dann aber im Endeffekt für dieses Cover hier entschieden, weil ich einfach finde, dass es einerseits nicht irgendwie das gängige Standard-Motiv ist, das man beispielsweise schon auf der Red Edition DVD hat. Außerdem ist es ein wirklich cooles, wirklich atmosphärisches und auch zu einem gewissen Grad, wenn wir uns jetzt einmal das komplette Halloween-Franchise aus der Existenz wegdenken, innovatives Artwork. Das Ganze ist, finde ich, wirklich schön gezeichnet mit dem blutigen gelben Messer, hat das Ganze wirklich Atmosphäre und könnte, könnte einem fast den Eindruck verpassen, dass es sich bei Aquarius aka Stage Fright um einen spannenden Film handelt und nicht um einen, wo man wahrscheinlich ins Booklet auch den Beipackzettel von Schlaftabletten drucken hätte können. Aber egal, ich musste den Film trotzdem haben. Das ist wirklich der einzige Moment von dem Film, den ich sicher nie vergessen werde, wo diese Eule da plötzlich einfach sitzt und noch dazu eine Katze auf dem Schoß hat. Quasi nur, um uns zu sagen, ja, ich habe den Paten auch gesehen. So what? Aber das Ganze gefällt mir sehr gut. Backcover eben wie gehabt und wie gewohnt von 84. Auch das Spine-Design wie immer, aber vor allem eben. Wieder mal ein 84-Media-Programm. Richtig geilen Frontcover. Außerdem zwei verschiedenen Bilden. Ich fasse dieses Innenbild nicht. Ah, herrlich. Auf den beiden Diss ein schönes, durchgehendes Innen-Artwork, wo lustigerweise natürlich auch der Typ dann trotzdem zweimal vorkommt, aber es sieht trotzdem, es ist kein durchgehendes Artwork, aber irgendwie hat es mich auf den ersten Blick getäuscht, dass es eines ist. Ist in dem Sinne jetzt einmal zumindest definitiv nichts Schlechtes, vor allem, wie er hier noch relativ entspannt dasteht und hier dann quasi schon im, keine Ahnung, voll durchgeknallten Modus unterwegs ist. Finde ich irgendwie witzig. Hat man sich bei 84 auf jeden Fall wieder einmal etwas gedacht? Bei dem Mediabook und bei dem Innen-Artwork zumindest. Im Gegensatz zu den NSM-Media-Books, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, kann man hier wirklich sagen, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Hier haben wir dann noch ein Booklet im, wie gesagt, typischen 84-Design, auch natürlich mit dem typischen 84-Media-Book-Recycling, dass beispielsweise hier dieses Bild, das auf der rechten Seite unterhalb von der DVD im Inneren vom Mediabook zu sehen war, auch noch einmal verwendet wird, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das Einzige, was ich nur seltsam finde, ist, wie sehr das Mediabook knackt, wenn ich es in der Hand habe. Ich tue dir nichts, keine Sorge. Aber netter Release zu einem bestenfalls durchschnittlichen Film, aber bei dem Cover konnte und wollte ich irgendwie einfach nicht Nein sagen. Ganz zum Schluss, bevor wir dann zum wirklichen Wahnsinn übergehen, noch ein kurzer Hinweis. Außerdem hat mich vergangene Woche mit diesem großartigen Cover-Artwork das Lurking Fear-Media-Book von Wicked Vision erreicht. Dazu muss ich allerdings hier im Sammlungs-Update gar nichts mehr sagen, beziehungsweise euch auch gar nichts mehr zeigen. Zu diesem Mediabook gibt es jetzt nämlich schon einige Tage auf meinem Kanal einen umfangreichen Blu-Ray-Check, wo ihr alles Wissenswerte über das Mediabook, über den Film, beziehungsweise auch ein paar Details über die kommende Full Moon Entertainment Collection von Wicked Vision erfahrt. Aber damit haben wir noch einen, könnte man sagen, ansatzweise normalen Programmpunkt. Und ich muss mich an der Stelle ein kleines bisschen bei euch entschuldigen, weil es fehlt dieses Mal tatsächlich etwas im Sammlungs-Update, aus dem Grund, dass ich es schon wieder zurückgeschickt habe. Diejenigen von euch, die auf meiner Facebook-Seite unterwegs sind, werden dieses Bild wahrscheinlich relativ flott erkennen. Das ist nämlich das Foto davon, wie ich vergangene Woche von Amazon ein Paket bekommen habe. Und ja, das ist offen. Ja, das Etikett ist zerfetzt. So stelle ich mir die tolle Arbeit der österreichischen Post vor. Vielen herzlichen Dank. Das Comic war im Übrigen Deadpool and the Mercs for Money number one. Mo Mercs, Mo Monkeys. Das ich zwar jetzt mittlerweile schon gelesen habe, weil warum soll ich warten, aber jetzt eben schon wieder eingepackt und retourgeschickt habe. Das dauert dann, bis ich mein Austauschexemplar bekomme. Das kann ich euch definitiv dann nächste Woche im Sammlungs-Update genau zeigen, was da gekommen ist, Deadpool-technisch. Aber bevor wir jetzt dann eben weitermachen und das Filmthema, sage ich einmal mehr oder weniger beenden, schlichte ich nur da einmal ein bisschen um und hole dann das nach vor, was ich tatsächlich wirklich letzte Woche bekommen habe. und was sogar, obwohl es natürlich ebenfalls nur in irgendeinem A4-Kuvert verpackt wurde, weil ganz ehrlich, Amazon, diese Comics kosten ja nur 30 Euro. Das Stück da kann man auch einfach irgendwie in einen Brief hineinschmeißen. Aber es ist jetzt erschienen. Und ich war ehrlich gesagt, wie ich das Teil bekommen habe, ein bisschen überrascht davon, wie groß dieses Ding ist, beziehungsweise wie dick eigentlich gemeint wäre. Natürlich von der Größe her haben diese Comics alle dieselben Dimensionen. Und schön ist, dass übrigens dieser Spine-Design bei den US-Comics zwar ebenfalls nicht perfekt ist bei denen, die ich habe, aber zumindest wesentlich besser als das, was ich von den deutschen Übersetzungen von Panini gesehen habe, beziehungsweise vor allem sehen die US-Comics einfach generell besser aus, finde ich. Aber wir haben hier eine neue Collection, weil offensichtlich aktuell ist ja Deadpool The Thing. Nicht nur für mich, deswegen muss alles neu aufgelegt werden, wo Deadpool vorkommt. Secret Defenders Nummer 15 bis 17 war bereits vor einiger Zeit im Deadpool Classics Companion mit dabei, aber da offensichtlich nicht die komplette Ära, weil die Secret Defenders sind ja bekannt als das Marvel-Team ohne ein festes Line-Up, wo viele verschiedene Charaktere immer wieder Gastauftritte haben. Und so offensichtlich auch Deadpool, der hier für einige Comics mit dabei war. Und da sind jetzt offensichtlich alle Secret Defenders-Geschichten mit Deadpool versammelt. Es gibt zeitgleich übrigens auch noch irgendeinen Comic mit Deadpool und Wolverine. Was für eine Überraschung, dass die beiden jetzt einen eigenen Band spendiert bekommen haben. Wobei man allerdings bei solchen Sachen wirklich aufpassen muss, weil die Deadpool-Wolverine-Comics enthalten nur Material, das in der Deadpool-Reihe, die ich eben bereits habe, schon erschienen ist. Das heißt, da bekommt man dann alles einfach nur doppelt. Hier hat man zumindest nur drei Comics doppelt und zusätzlich auch neues Material, weswegen ich mir das geholt habe. Ich bin jetzt auf jeden Fall niemand, der alle Deadpool-Comic-Bände haben muss. Ich möchte eben einfach nur alle Geschichten und alle Sachen haben. Und deswegen brauche ich das nicht alles doppelt, wenn beispielsweise irgend so ein Vierband-Miniseries-Paperback dann auch noch in einer Collection erscheint. Wozu brauche ich das noch einmal? Was ich allerdings hier von Marvel ziemlich geil finde, ist, es ist wieder mal ein Comic aus den 90er Jahren und sie haben diesmal wieder das dickere, matte Papier verwendet, so wie eben auch bei den ersten Ausgaben von den Deadpool-Classics beziehungsweise auch beim Classic Companion, weil das eben das passende Papier ist für die alten Comics. Die neuen Deadpool-Comics, die aktuell erscheinen, die haben Hochglanzpapier, das außerdem relativ dünn ist. Aber damit kann ich überleiten zu der wahrscheinlich wahnsinnigsten Geschichte, die ich euch seit einiger Zeit hier im Sammlungsupdate erzählt habe. Und das Ganze ist für euch vielleicht sogar noch mehr als nur eine Geschichte, sondern gleich eine Idee fürs nächste Weihnachten. Und ja, wir wissen alle, was ich von Weihnachten halte. Aber was man in der Volksschule ganz gerne als Engelbengel gespielt hat oder als Wichteln, ist ja wirklich eine coole Sache. Man zieht einen Namen, dann muss man dieser Person mit irgendwas eine Freude machen und bekommt dafür im Gegenzug von jemand anderem irgendeine kleine Aufmerksamkeit. Cooles Konzept, wäre doch schade, wenn irgendjemand damit irgendetwas Böses anstellt. So wie ich beispielsweise, der immer wieder ganz gerne dabei ist, beim sogenannten Schrottwichteln. Das System ist eigentlich grundsätzlich dasselbe. Man schenkt, wird beschenkt und das Ganze an unbekannte gezogene Namen. Aber mit dem klitzekleinen Twist bei der Sache, man versucht wirklich, sich die ekelhaftesten, scheußlichsten, hässlichsten und schlimmsten Sachen zu schenken, die man auch nur ansatzweise finden kann. Und glaubt mir, von Glaselefanten mit Plastikblumen und Wasser gefüllt bis hin zu Dingen, die ich nicht einmal mehr aussprechen kann, war da auf diesem Tombola-Tisch schon einiges dabei. Aber, weswegen ich euch diese ganze Story erzähle, ist ganz einfach, die besten Sachen, falls man diese Tradition vielleicht auch in euren Kalender übernehmen wollt, findet man in irgendwelchen Second-Hand-Shops. Nämlich genau in denen, die irgendeinen Nachlass einfach komplett aufkaufen und dann von wertvollen Lustern und Sesseln bis hin zu kitschigem Glasschrott alles verkaufen. Und das bringt mich zu der Geschichte, weil als ich letztens unterwegs war zur Geburtstagsfeier von eben einer dieser Schrottwichtel-Teilnehmerinnen kam ich an einem von diesen Second-Hand-Tempeln vorbei. ging an einer Kiste vorbei, da war irgendwie ein Porzellan-Elefant mit einer rosa Schleife und weit aufgerissenen, aufgemalten Kitschaugen drinnen. Wirklich, muss man fast sagen, eines der hässlichsten Teile, die ich jemals in meinem gesamten Leben gesehen habe. Also, sofort dieses Teil aus der Kiste genommen, stand auch 50 Cent drauf. Vielen Dank, das kann man zusätzlich zum ernst gemeinten Geburtstagsgeschenk noch mitbringen. Schaue mich dann, während ich auf den Typen an der Kasse warte, ein bisschen um, schaue in ein Regal und sehe was. Sehe was, wo ich mir denke, aha, nämlich CSI-DVDs. Und zwar nicht irgendwelche CSI-DVDs, nein, die dritte und die vierte Staffel von CSI Miami als Import-DVD-Box aus Amerika. Und direkt drunter lag dann, glaube ich, die zweite Staffel als irgendein ganz obskures asiatisches Ebay-Bootleg. Aber lassen wir das. US-importierte CSI-Staffeln. Also, ganz ehrlich, wenn ich mitten in Wien, in der Nähe vom Hauptbahnhof, in irgendeinen Second-Hand-Laden reinschneie, das Letzte, was ich dort erwarte, sind originale CSI-Staffeln. Allerdings, genau diese zwei Staffeln hatte ich schon. Genau diese zwei CSI-Boxen waren wirklich in einem Zustand, also, ich kann es gar nicht beschreiben. Die Oberfläche außen von diesen Plastikhüllen, die ja eigentlich hochglanz sein sollten, hatten einen Film, der sie anfühlen ließ wie Schmirgelpapier. Also, ich weiß nicht, ob die in einer Marlboro-Fabrik gewohnt haben die letzten Jahre, aber es war wirklich widerwärtig. Dann habe ich mir aber trotzdem gedacht, okay, weißt du was, du bist Freak, du bist hier in offensichtlich einem Freak-Geschäft und schaust dir deswegen auch unbedingt die anderen DVDs noch an. Und das, was ich dann dort alles entdeckt habe, das war weiter umfassendig. Also, die amerikanischen CSI-Staffeln waren gar nicht einmal das Heftigste. Es gab dort thailändische DVDs, koreanische, japanische DVDs, aber nicht irgendwelche Bootlegs, sondern originale, teilweise sogar noch original verpackt. Einige DVDs, wie beispielsweise Devilman von Legend mit Schuber, relativ cool. Leider die DVD kaputt drinnen, aber irgendwie wisst ihr schon, wenn ich durch sowas durchschaue, dann finde ich etwas. Und ich zeige euch zuerst einmal die harmlose DVD. Hier wieder mal ein einfacher Film, vor dem man warnen kann. Ich meine, ja, ich hatte dort noch ein paar Sachen mehr in der Hand. DVD-Preis war übrigens 1 Euro, aber irgendwie haben mich die dann nicht ganz so angesprochen. Hier bei dieser UK-DVD übrigens, musste ich dann zumindest aufgrund von diesem Lenti Schuber zuschlagen. Außerdem, Regisseur Rennie Harlin, euch wahrscheinlich bekannt als der Regisseur von Die Hard 2, beziehungsweise Cliffhanger, hat unter dem Namen Dyatlov Pass-Inzident einen Film gemacht, von dem ich wirklich noch nie in meinem gesamten Leben gehört habe. Muss wirklich ein absolutes Meisterwerk sein, dieses Teil. Aber, wie gesagt, um 1 Euro als DVD mit Lenti Schuber, dachte ich mir, ja, passt, kann man, kann man mitnehmen. Aber dann fielen meine Äuglein auf eine andere DVD. Und diese ganzen japanischen, koreanischen und so weiter DVDs habe ich alle absichtlich liegen lassen, habe ich mir alle absichtlich nicht mitgenommen, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, passt, und dann kaufst du sie dir und was genau machst du damit. Du verstehst kein einziges Wort koreanisch, es sind teilweise nicht einmal englische Untertitel oder sowas drauf, aber dann stieß ich auf einen Film, wo mir das wirklich sowas von Wurst ist, in welcher Sprache der ist. Ich glaube, es ist kein Bootleg. Zumindest ist Taizeng mir eine bekannte DVD-Marke. Aber, wir landeten dann plötzlich bei Flash Future Kung Fu mit der Tagline The Battle Boy for Survival Rages in a Computer Run World, wo dann außerdem hier drei Computerbildschirme abgebildet sind. Übrigens, ja, ich musste zwei davon zitieren, weil da hängt irgendwie so eine komische rote Flagge mit weißem Kreis und noch irgendwas anderem drinnen herunter, was ich hier jetzt nicht unbedingt in meinem Video herzeigen wollte. Außerdem von Kirk Wong, der mir definitiv in Gedächtnis geblieben ist, sieht ein klein, schön wenig bisschen Bootleg-mäßig aus, aber ist, glaube ich, keines. Ich weiß es in dem Sinne wirklich nicht genau, aber wenn man sich diese Inhaltsangabe ansieht, die Tatsache, dass es ein Gebrauchtkauf war, dass ich wirklich im ganzen Internet nichts über diese DVD finden konnte und bei dem Namen von dem Label irgendwie das Gefühl hatte, dass das okay ist, habe ich einfach einmal zugeschlagen. Das Einzige, was hier nicht okay ist, ist diese DVD-Hülle, weil die offensichtlich nicht von der besten Qualität ist, weil, was ich hier cool finde, ist, hier steht, Lift edge of disc to release or just tilt the case. Dieses Teil hört übrigens auf den Namen Protect Disc, obwohl die Hülle, glaube ich, alles andere macht als die Disc-Protecten. Aber ein wirklich kurioser Release, eine wirklich kuriose Sache, aber bei weitem dann nicht so kurios, worüber ich dann gestolpert bin. Denn irgendwie habe ich dann diese zwei DVDs gehabt und bin dann draufgekommen, hoppala, da gibt es noch ein DVD-Regal. Und bei diesem DVD-Regal bin ich dann plötzlich drüber gestolpert, dass es tatsächlich dort Super 8 Filmrollen gibt. Und es war schon immer irgendwie ein, 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 ich kann nicht, ich will es ja unbedingt sagen, eine Aufgabe von mir, aber doch irgendwie etwas, das ich mir vorgenommen habe, ich möchte zumindest von jedem gängigen Filmformat eine Version bei mir zu Hause haben. Einfach nur, um dieses Teil, dieses Medium zu haben. Was da für ein Film drauf ist, ist mir dann im weitesten Sinne vollkommen wurscht. Natürlich hätte ich lieber dann einen Film, der mir auch irgendwie etwas bedeutet, beispielsweise ein großer Traum von mir wäre es, eine 35mm Kopie von Lucio Fulcis Voodoo zu haben. Aber das wird wahrscheinlich etwas sein, das einfach nicht leistbar ist. Und im Fall von den Super 8 Filmrollen habe ich eben dann dort plötzlich drei entdeckt und war plötzlich relativ interessiert, wie diese Teile funktionieren und wie diese Teile ausschauen, sodass ich einfach einmal rein informativ gefragt habe, was es eigentlich kostet, wo mir dann zu verstehen gegeben wurde, eine von diesen Filmrollen kostet drei Euro, weswegen ich dann gemeint habe, okay passt, dann machen wir für diese drei Filmrollen, für diese zwei DVDs und für den ultra hässlichen Porzellanelefanten einen Zehner geradeaus und passt. Damit bin ich dann rausspaziert, bin natürlich auch gleich direkt auf die Geburtstagsfeier gefahren, bin dann dort mit diesen beiden DVDs und den drei Filmrollen angetanzt, aber ganz ehrlich, jeder der mich wirklich kennt, weiß, dass ich einen klitzekleinen Schuss habe, von daher, es hat eigentlich niemanden so wirklich gewundert. Aber, was ich jetzt machen möchte, ist, mir mit euch ein kleines bisschen was von diesen Super 8 Rollen noch anzuschauen, also nicht direkt, weil Projektor habe ich keinen, ich hatte sogar früher einen im Keller bei meinen Eltern, aber irgendwann einmal gab es dann eine Überschwemmung, ganz eine tolle Geschichte. Ich glaube, zwei Tage vor meiner schriftlichen Matura-Abi, in Mathematik, gab es plötzlich irgendeinen Kanalrückstau und unser ganzer Keller war, glaube ich, 40 Zentimeter hoch im Kanalwasser. Also, ich bin dann meine DVDs retten gegangen durch, glaube ich, zwei Grad kaltes Wasser, in dem mir Kackwürste und Kondome entgegengeschwommen sind. Es war eher widerwärtig, aber wie gesagt, ich habe es getan, um meine DVDs zu retten, aber dadurch haben wir jetzt keinen Super 8 Projektor mehr zur Hand, was mir aber ehrlich gesagt relativ wurscht ist, weil ich so ein Teil einfach einmal nur in der Hand haben wollte. Aber, schauen wir mal, was das bietet. Hallo Janine! Oder so, oder Kitty, oder wen auch immer ich jetzt begrüßen soll, Nein, wir schauen jetzt einmal auf die deutsche Super 8 Version von Hallo Janine 3 mit Marika Röck und Johannes Hesters. Übrigens, ganz ehrlich, das ist kein Scherz. 99 D-Mark damals für den 120 Meter langen Super 8 Tonfilm. Was, wenn wir daran denken, dass Hallo Janine in drei Teilen auf Super 8 veröffentlicht wurde, bedeutet, dass dieser Film auf Super 8 wahrscheinlich noch trotzdem in einer relativ stark gekürzten Fassung 150 Euro gekostet hat. Und das möchte ich nur einmal ganz deutlich in Richtung von all jenen sagen, die sich über 30 Euro für ein Mediabook aufregen. Wir haben da dann noch einige andere Beispiele zur Hand, aber zuerst ein wirklich einfaches, ich kann es ehrlich gesagt nicht einmal wirklich kommentieren. Hier auf jeden Fall dann natürlich noch die Werbehinweise für die anderen beiden Teile von diesem Film. Muss natürlich auch dazu sagen, dass ich von dem Film keine Ahnung habe und gar nicht einmal gewusst habe, dass der existiert. Aber, was ich bei dieser Super 8 Rolle relativ cool finde, ist die Art, wie sie verpackt wurde. Das Ganze ist zwar Plastik, aber hat irgendwie ein lederartiges Flair und Ambiente und vor allem sitzt die Rolle hier sehr schön in einer Vertiefung, wo dann drinnen auch noch das UFA-Logo ist, weil UFA hat ja damals, glaube ich, das eigene Logo relativ gerne irgendwo verwendet bei ihren Releases, auch bei den VHS-Kassetten und so weiter. Da weiß ich es noch eher. Drinnen ist dann eben die klassische Rolle, die klassische Filmrolle. Ich möchte es jetzt wirklich nicht allzu weit aufmachen, nur vielleicht euch ein bisschen einen Eindruck geben, jenseits, also wirklich als Super 8 Projektor, kann ich meinen Ding nicht verwenden. Da ist jetzt einfach einmal nur noch der Anfang. Und da geht dann aber schon der Film los, ist aber natürlich eben durch den 8mm Film ganz ehrlich so nicht unbedingt zu gebrauchen. Interessant wäre es für mich natürlich, mir das Ganze anzuschauen, aber es ist in dieser Hülle noch etwas dabei, das ich persönlich vielleicht sogar noch interessanter finde, ganz ehrlich. Nämlich die Tatsache, warum ich dieses Ding so blöd halte und es einfach immer wieder aufgeht. Nein, es ist hier noch etwas Werbematerial drinnen. Es sieht einfach cool aus. Ich kann es mir nicht lassen. Es sieht einfach echt cool aus. Aber hier ist noch ein Gewinnspiel. Gewinnen Sie mit der Ufa! Und zwar mit interessanten lederartigen Papier. Da steht dann übrigens noch Länge des Gesamtfilms 95 Minuten Czerny Film. Mh, danke, warum auch immer dieser Kommentar da ist. Aber, nachdem wir ja schon einige Male, wenn wir alte DVDs uns angeschaut haben, relativ viel Spaß mit diesen Gewinnteilen hatten, schauen wir jetzt einmal, was es da gibt. Auf jeden Fall hat man gewinnen können 10 Regiesessel bzw. 100 Filmplakate. Wow, für diese Preise würden Leute heutzutage wirklich gar nichts mehr machen. Nicht einmal ein Like auf Facebook hergeben. Aber, was ich natürlich alleine eben interessant finde, ist, wie sehr sich das eben geändert hat. Kataloge vom Händler beraten lassen oder zum Händler gehen und da durchschauen. Aus wie vielen Rollen soll ein guter Spielfilm bestehen? Quasi übersetzt die Frage, wie viel sollen wir aus einem Film rauskürzen? Wahnsinn. Wie oft waren Sie im Kino? Wie viele Stunden schauen Sie täglich fern? Das ist Wahnsinn. Für unsere Statistik. Filmen Sie selbst. Das ist wirklich etwas, eine Frage, die Sie im Zeichen von YouTube, in Zeiten von YouTube-Fame und Selfie-Handys definitiv nicht mehr fragen würden. Ist für mich wirklich ein absolutes Kuriosum in meiner Sammlung eines, wo ich jetzt nicht wahnsinnig viele Stück davon brauche, aber wo ich eigentlich ziemlich happy bin, dass dieses Teil bei mir ist. Ich kenne Walter Muttow einerseits aus, ein seltsames Paar, andererseits als der genervte Nachbar von Dennis, aber gemeinsam mit Julie Andrews und Tony Curtis hat er offensichtlich auch in dem Film ein reizender Fratz mitgespielt. Und warum genau sollte ich mir diesen Film auf DVD oder Videokassette oder vielleicht sogar Blu-Ray kaufen? Generell irgendeinem Format, das ich nachher abspielen kann. Nein, ich habe eben durch Zufall die Super 8 Filmrollen davon entdeckt, eine davon zum Preis von 3 Euro und habe damit aber im Gegensatz zu beispielsweise Hallo Janine, wo ich nur den dritten von drei Teilen habe, hier unter Anführungszeichen den kompletten Film natürlich brutal gekürzt, so wie das damals bei den Super 8 Filmen üblich war, dass man einfach nicht den kompletten Film bekommt, sondern nur einen Ausschnitt davon. Aber was ich relativ cool finde, ist, dass diese Artworks von Nikolo Film ja teilweise sogar schon auf Hardboxen und so weiter verwendet wurden, dass diese Artworks hier, diese eben einfachen Fotografien, Robert würde mich jetzt wahrscheinlich gerne sehr böse anschauen, wenn er das hört, aber eigentlich so hässlich sind. Ich meine, das Bild von Teil 2 finde ich ja irgendwie noch ganz cool, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie sieht das alles aus, ist ein bisschen einfach nichts, aber hat dann auch hinten noch drei Bilder drauf und ist irgendwie für sich genommen. Eine interessante Geschichte, definitiv. Hier mit den beiden Spines übrigens auch irgendwie ein Kultlook, den man ganz öfter sehen kann. Wenn wir nur ganz kurz einmal reinschauen, hier bei mir in der Sammlung, der erste Teil nicht wirklich in perfektem Zustand, da ist schon einiges passiert. Hier übrigens auch noch ein Hinweis, den ich nicht lesen kann, wurscht. Drinnen eben die Super-8-Filmrolle, die eben auch ein bisschen Ding ist, wo man da ein bisschen sogar ziehen und schieben kann. Aber interessant wäre es einfach wirklich, wie das heutzutage aussieht, weil eben wenn man solche Sachen, solche Relikte sich mehr oder weniger anschaut, da kann ja alles passieren. Da kann dir während dem Anschauen der Film reißen. Es kann plötzlich die Rolle durchbrennen oder es kann mehr oder weniger überhaupt kein klares Bild mehr rauskommen, weil der Film so schlecht gelagert wurde, dass er es einfach nicht überlebt hat, obwohl zumindest das nicht passieren sollte. Aber es ist einfach eine spannende Sache, vor allem, weil auch ich eben gar nicht weiß, wo diese Rollen herkommen, was sie schon alles erlebt haben, ja quasi. Aber, schauen wir noch einmal, ein bisschen da in Richtung Film, wenn er irgendwann einmal starten würde, oder, da zahlt man, da starten wir sogar mit einer Texteinblendung, aber eben einer, die ich unmöglich fokussieren kann. Ich verstehe es, Kamera, dass du statt ein reizender Fratz lieber auf Spiel mir das Lied vom Tod gehst, aber es ist, wie gesagt, sicher jetzt aktuell einer der seltsamsten Bestandteile meiner Sammlung, aber einer, der mir relativ wichtig war, genauso wie ich damals einfach, als ich dieses Konzept zum ersten Mal gesehen habe, wusste, okay, ich muss mindestens einen Film Soundtrack als Vinyl haben. Mittlerweile habe ich, glaube ich, ungefähr 30, aber, so wirklich viele kommen da auch nicht mehr dazu, weil ich eben einfach wirklich nur die Kultfilme haben wollte. Aber, jetzt geht es dann weiter mit der nächsten Geschichte, die eigentlich, eigentlich, und das ist wirklich spannend, fast noch wilder ist, als die von vorher. Ich habe nämlich vergangene Woche, nachdem ich eben diese Filmrollen entdeckt habe, auf Facebook ein Foto davon gepostet, weil ich es einfach überhaupt nicht gepackt habe, und habe eben angemerkt, dass ich gerne von verschiedenen Formaten einfach irgendetwas haben möchte, kam dann plötzlich einmal mein Bruder daher, und sagte, ja, er hat bei sich zu Hause noch ein paar Video 2000 Kassetten gefunden, und hat sich gedacht, er bringt mir gleich einmal eine mit, als kleines Geschenk, und hat sich noch dazu einen Film ausgesucht, wo er der Meinung war, dass ich das cool finden würde, und an der Stelle, auch wenn ich weiß, dass du meine Videos ganz sicher nicht siehst, vielen Dank, weil das ist wirklich ein wahnsinnig geiles Geschenk, nämlich Spiel mir das Lied vom Tod, ein saukooler Film, selbst für mich, der kein großer Western-Fan ist, aber diese Kassette allein, und wir haben uns dann, glaube ich, wirklich noch ein, zwei Stunden alleine mit dieser Kassette beschäftigt, weil man auf diesem Video wirklich unglaublich viel entdecken kann. Spiel mir das Lied vom Tod ist ein absoluter Kultfilm, definitiv nicht nur wegen der Musik von Ennio Morricone, aber definitiv von der beeinflusst, einer der wahrscheinlich bekanntesten Themes der Filmgeschichte, ein cooler, ungemütlicher Klang, und ein wirklich geiler Film, aber, damals von CIC-Video noch zu der Zeit erschienen, als es nicht eindeutig war, dass sich die VHS-Kassette durchsetzen würde, sondern, wo es noch VHS-Video 2000, beziehungsweise auch Betamax-Kassetten gegeben hat, im, genauer gesagt, Jahr 1983 ist diese Kassette hergestellt worden, und, und jetzt kommen wir zu einem wahnsinnig spannenden Punkt, wieder für alle Leute, die sich gerne über die Preise von Mediabooks aufregen, ja, diese Preise sind echt, fast 1000 Shilling, 100 D-Mark für diese Kassette, und vor allem, was man da auch nicht vergessen darf, diese unverbindliche Preisempfehlung, ist auf die Kassette drauf gedruckt, das ist nicht einmal irgendein Händler-Sticker, oder sonst irgendwas, also CIC war der Meinung, das ist so ein super Preis, dass wir den da unbedingt drauf drucken müssen, und ich habe jetzt da letztens in einer der ersten Ausgaben vom Zombie-Magazin, noch einmal die Werbung gesehen, damals zur alten Marketing-VHS-Kassette von die Klasse von 1984, die mit schlanken 278 Mark zu Buche geschlagen hat, absolut unfasslich, außerdem, damals gab es schon die großen, also die FSK-Logos auf dem Frontcover, Wahnsinn, warum haben sich dann alle Leute aufgeregt, naja, wahrscheinlich, weil es nicht so groß war, das weiß ich aber noch, vor allem, weil es ja eigentlich nicht einmal ein echtes FSK-Logo ist, Original-Kino-Fassung, ist vom Cover-Design her eigentlich relativ speziell, eigentlich relativ interessant, mit den Credits in der Mitte, sieht man so auch nicht immer, dann CIC Taurus auf dem Spine, mit dem Filmtitel, und auf dem Backcover dann wunderschön, eigentlich billigstmäßig retro aufbereitet, mit zwei Bildern, mit der Inhaltsangabe, ich weiß nicht, ob man in den 80er Jahren skrupellos, wirklich noch mit C geschrieben hat, oder ob das einfach ein Tippfehler ist, aber, hier unten dann, 158 Minuten Farbe, 1983 CIC, hier steht es, ganz, ganz in klein, ja, absoluter Wahnsinn, aber, der wirkliche Wahnsinn, kommt erst dann, wenn wir das Ganze aufmachen, vor allem, für diejenigen unter euch, die noch nie, ein Video 2000 Band gesehen haben, das, ist nämlich, was wirklich, Geiles, oh ja, bist du deppert, ist das geil, ich weiß jetzt eben leider nicht, weil es das einzige, Video 2000, in meiner Sammlung ist, zeige ich noch ganz kurz vorher, eben auch hier, im inneren CIC Taurus drin, ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht, ob alle so freaky aussehen, ein bisschen so, als wäre da der Awesome Mix, aus Guardians of the Galaxy, aber das ist definitiv so, spiel mir das Lied vom Tod, hier als Aufkleber, das Besondere übrigens, an einer Video 2000 Kassette, für alle, die es nicht wissen, ist die Laufzeit, auf dieser Kassette, wo der Film drauf ist, haben 480 Minuten Platz, zweimal 240 Minuten, weil man Video 2000, genauso wie Audiokassetten, umdrehen und beidseitig bespielen konnte, etwas, das VHS Kassetten nicht konnten, das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wie jetzt bei dieser Kaufkassette, dann der Film drauf ist, weil eigentlich ist es eine 480, ja, der Film dauert, 158 Minuten, ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass man den Film, während dem Film umdrehen muss, ob der Film jetzt aber auf beiden Seiten, zweimal drauf ist oder nicht, oder andere Sachen, kann ich gar nicht sagen, ich weiß nur, dass das optisch, eine wirklich unglaublich geile Sache ist, Wahnsinn, wie dieses Ding aussieht, aber es wird noch geiler, wenn man nämlich, diese Kassette öffnet, hat man irgendwie fast das Gefühl, es öffnet sich das Maul eines Aliens, wie das dann aufgeht, na jetzt geht es nicht richtig auf, Moment, normalerweise, man merkt natürlich diese Kassetten, ja, so geht es dann, diese Kassette ist auch schon relativ alt, aber, wenn sich die dann öffnet, und hier dann mehr oder weniger das Band freigibt, ist das auch eine ziemlich interessante Sache, eigentlich wollte ich sie ja, ach so, deswegen, weil ich es nicht schief mache, jetzt habe ich es verstanden, wie das hier tut, wirklich geil, vielen lieben Dank dafür, definitiv ein skurriles Ding, ein spannendes Ding in meiner Sammlung, Wahnsinn, und das noch dazu zu einem absoluten Kultfilm, da bin ich richtig happy, und damit könnt ihr jetzt auch richtig happy sein, denn ihr habt das allwöchentliche Sammlungsupdate von dieser Woche hiermit erfolgreich hinter euch gebracht, und ich kann nur noch einmal aufbauen, was ich diese Woche bekommen habe, es war nicht wahnsinnig viel in Wirklichkeit, aber es ist trotzdem ein relativ langes Video geworden, weil einfach diesmal tatsächlich zu jedem Ding, das neu bei mir gelandet ist, irgendwo eine Story dabei war, irgendwo was Spezielles, Interessantes dabei war, hoffe ich zumindest, dass ihr das auch so findet, und damit verabschiede ich mich mit den Worten, ihr habt keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, wenn ihr euch das Video nämlich pünktlich gleich nach dem Release anschaut, bin ich noch in Düsseldorf, wo ich einerseits happy Geburtstag, dir die Crew von Ivo Ed besucht habe, das heißt, sowohl auf der Seite von Ivo Ed, als auch hier auf meinem Kanal, wird es in den nächsten Tagen, beziehungsweise in der nächsten Zeit, den ein oder anderen Kooperationsbeitrag geben, wo wir uns einfach gegenseitig mit unserem Wahnsinn in den Wahnsinn treiben, ich freue mich wahnsinnig drauf, ich filme nämlich das Sammlungsupdate am Donnerstag, morgen Freitag am Abend geht's ab nach Düsseldorf, und am Sonntag am Abend, eben nach der Zeit, wo das Sammlungsupdate online geht, wieder retour, deswegen freue ich mich schon drauf, auf all das Material, was wir euch auf Ivo Ed, beziehungsweise hier auf meinem Kanal zeigen können, verabschiede mich jetzt einmal fürs Erste, nächste Woche natürlich am Sonntag um 17 Uhr, bin ich wieder frisch, hoffentlich habe ich mich bis dahin wieder erholt, da mit der neuen Ausgabe vom Sammlungsupdate, zeige euch dann, was ich in der nächsten Woche alles so bekomme, außerdem seht ihr in der nächsten Woche definitiv wieder neue Beiträge aus meinem Sammlungs-Overview mit den Steelbooks, das ein oder andere Quickie-Review, beziehungsweise vielleicht ist es möglich, dass ich auch so das ein oder andere Zocki-Platz, der Kragen momentan in der Pipeline habe, denn immerhin ist nächstes Wochenende irgendetwas, wo man, naja, Aaaaah!